Thomas Bauer, Nummer 4 Helmar Grieswald, Nummer 5 Jürgen Scheisch, Nummer 6 Jürgen Schnitzler, Nummer 7 Pascal Müller, Nummer 8 Thomas Winder, Nummer 9 Hermann Rudolf, Nummer 10 Wolfram Mauer, Nummer 11 Thomas Jäger. Auf der Bank nehmen Platz mit der Nummer 12 Dietmar Duhoski, Nummer 13 Henry Schüler, Nummer 14 Peter Buschmann, Nummer 15 Ottmar Rösch, Ersatztorhüter Uwe Fromm. Die Amazizia spielt mit Nummer 1 Rolf Remmele, Nummer 2 Stefan Busal, Nummer 3 Bernd Krämer, Nummer 4 Dieter Höhn, Nummer 5 André Schneider, Nummer 6 Uli Sonntag, Nummer 7 Dimitri Kiriszitz, Nummer 8 Franjo Blesch, Nummer 9 Dieter Singer, Nummer 10 Armin Müller, Nummer 11 Michael Dalli. Auf der Bank nehmen Platz mit der Nummer 12 Winfried Gebhardt, mit der Nummer 13 Gerrit Wolk, mit der Nummer 14 Klaus Piech, Ersatztorhüter Slavko Petrovic. Das Spiel steht unter der Leitung von Sportkamerad Gohi aus Schwäbisch-Gmünd, ihm assistieren an den Linien die Herren Bauer und Porta ebenfalls aus Schwäbisch-Gmünd, dem Schiedsrichter gespart eine gute Hand. Das Spiel steht unter der Leitung von Sportkamerad Gohi aus Schwäbisch-Gmünd, dem Schiedsrichter gespart eine gute Hand. Solche Familienmitglieder Freunde, Familienmitglieder, Nummer 4 Klaus 3 Musik Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja!